A Clash of Kings ist der zweite Band der epischen Fantasy-Saga, das Lied von Eis und Feuer des US-amerikanischen Autors George R. R. Martin. Es sind bisher fünf Bände der auf sieben Bände angelegten Saga erschienen. A Clash of Kings erschien am 16. November 1998 in Großbritannien, die US-amerikanische Erstausgabe erschien erst im März 1999. 1999. Der Roman gewann wie sein Vorgänger A Game of Thrones den Lucas Award des Jahres 1999 in der Kategorie Novel und wurde im gleichen Jahr für den Nebula Award in der Kategorie Best Novel nominiert. Im Mai 2005 gab der Verlag Maisa Merlin eine limitierte Edition des Buches mit Zeichnungen von John Howe heraus. In der deutschen Übersetzung wurde A Clash of Kings in zwei Bände getrennt. A Clash of Kings ist auch der Name der ersten Erweiterung des Brettspiels Der eiserne Thron. Nach der Verfilmung des ersten Buches durch den US-Kabelsender Habeo ist auch das zweite Buch für das Fernsehen verfilmt worden. Handlungsübersicht Die Buchserie ist in einer Fiktionalenwelt angesiedelt. In der die Länge der Sommer und Winter unvorhersehbar variiert, eine Jahreszeit kann Jahre oder Jahrzehnte dauern. Frühling und Herbst hingegen sind vergleichsweise kurz. Der Handlungsort auf dem Kontinent Westeros ähnelt dem mittelalterlichen Europa, vor allem England. Der Handlungssteil um Denerys ist auf dem östlich von Westeros gelegenen Kontinent Essos angesiedelt. A Clash of Kings beginnt, vor Game of Thrones endete. Die sieben Königreiche von Westeros werden von einem Bürgerkrieg erschüttert. Die Knights Wash, die die Grenze im Norden des Kontinent seit mehreren tausend Jahren sichert, sendet einen Erkundungsstrupp aus. Um die Lage bei den Wildlingern zu erkunden, die nördlich der Mauer leben. In der Zwischenzeit versucht Denerys Targaryen weiterhin Verbündete zu finden, um nach Westeros zurückzukehren und die sieben Königreiche zurückzuerobern. Der Bürgerkrieg um den Eisernen Thron wird immer unübersichtlicher. Drei Könige haben in A Game of Thrones ihren Anspruch geltend gemacht. Joffrey Baratheon, Renly Baratheon und Robb stark als King in the North, King of the Trident. Ballon Graufreuth ruft sich selbst zum König der Iron Islands aus und beginnt bald darauf einen massiven Angriff gegen die westliche Küste des Nordens. In Winterfell, dem Sitz der Starks, ist Robbs jüngerer Bruder Bränden, der seit einem Sturzquerschnitts gelähmt ist, nun der Herr von Winterfell. Als Jojenrit und seine Schwester Mera aus Greywater Wash eintreffen, findet er in ihnen neue Freunde. Besonders Jojen interessiert sich für Brans merkwürdige Träume. Stennisbaratheon, ältester Bruder des toten Königs Robert, ruft sich selbst zum König von Westeros aus, nachdem er Nachricht davon erhalten hat. Dass Joffrey der Sohn von Shersai und Jaime Lannister ist. Dabei wird Stennis von der Roten Priesterin des Alor, Melisandria aus Assai, unterstützt. Alor ist ein im Osten angebeteter Gott, der aber in Westeros wenig populär ist. Der Krieg geht als der Krieg der Fünfkönige in die Geschichte ein. Auch Stennis' jüngerer Bruder Renly hat Anspruch auf den Eisernen Thron erhoben. Nach dem Gesetz hat Stennis als älterer Bruder den berechtigteren Anspruch, aber Renly hat die größere militärische Macht hinter sich. Da die Lords des Südens auf seiner Seite stehen. Catelyn Stark versucht eine Allianz zwischen den beiden Brüdern und ihrem Sohn Rob gegen ihre gemeinsamen Feinde, die Lannisters, zu vermitteln. Die Verhandlungen schlagen fehl und ein mysteriöser Schatten tötet Renly in seinem Zelt am Vorabend der Schlacht mit Stennis. Die einzigen Augenzeugen des Vorganges sind Catelyn und die Kriegerin Brienne von Tart. Da letztere des Mordes an Renly verdächtigt wird, flieht sie zusammen mit Catelyn. Da Renly tot ist, wechseln die meisten von Renlys Truppen allerdings nicht das mächtige Haus Tyrell zu Stennis über. Renlys Festung Sturmkapp fällt, als Melisandria einen weiteren Schatten hervorruft, der den Kastellan der Burg tötet. Tyrion Lannister trifft währenddessen in Königsmund ein. Er soll dort im Auftrag seines Vaters Tywin als Hand des noch minderjährigen Joffrey dienen. Während er gegen seine Schwester Cersai, die Witwe des Letzten und Mutter des jetzigen Königs, intrigiert, arbeitet er an der Verbesserung der Verteidigung der Stadt. Tyrion beginnt Verhandlungen mit den Herren der Hohenhäuser, um die Unterstützung seines Neffen auf dem Eisernen Thron zu verbessern. Er entsendet per Türbelisch zu Verhandlungen mit den Tyrells, um deren Unterstützung als Gegenleistung zur Heirat Joffreys mit der Tochter des Hauses, Marguerite Tyrell, zu erlangen. Tyrion schmiedet auch eine Allianz mit dem Haus Martell in Dorne, in dem er Joffreys Schwester Maja Ziller an Tristan Martell verspricht. Um seinen Vater zu beeindrucken und um Winterfell als Ausgangsbasis zur Eroberung des Nordens zu benutzen, erobert Tyrion Graufreud. Ein ehemaliges Mündel der Starks und Freund Robs, Winterfell mit gerade 30 Männern. Er nimmt Bran und Recon gefangen, beide können jedoch fliehen. Tyrion nimmt zwar die Verfolgung auf, kann die Kinder aber nicht aufspüren. Um nicht seine Autorität zu verlieren, ermordet Tyrion zwei andere Jungen und verstümmelt ihre Gesichter, damit sie für Bran und Recon gehalten werden. In dem Glauben, dass die Prinzen ermordet wurden, belagern Vasallen des Hauses Stark die Burg. Tyrion stand schon vorher in Verhandlungen mit dem Bastard von Bolten, Remsi Schnee. Die Soldaten Boltens wenden sich gegen die Belagerer von Winterfell, obwohl die Boltens Gefolgsleute der Stark sind. Theon öffnet nach dem Sieg den Bolten Gefolgsleute gegen die Belagerer, die Tore Winterfells, nur um ebenfalls von Remsi betrogen zu werden. Winterfell wird niedergebrannt. Bran und Recon haben sich die ganze Zeit in der Krypta der Burg versteckt gehalten. Um die Erben von Winterfell zu beschützen, überzeugt der sterbende Mäster Luvin Bran, sich von Recon zu trennen. Osha, eine Wildlingfrau, nimmt Recon an sich. Bran begibt sich mit Mera, Jojen und Hodor nach Norden zur Mauer. Rob führt derweil eine Armee in die Westlande und erringt mehrere Siege gegen die Lannisters auf deren eigenem Gebiet. Während Haiwen gegen Rob marschiert, erreicht ihn die Nachricht, dass Königsmund von Stannis bedroht wird. Er marschiert daraufhin südwärts. Es stellt sich später als schwerer Fehler Edmortulis heraus, die Lannisters zuvor am Marsch nach Westen gehindert zu haben. Nur durch diese Verzögerung erreichte die Botschaft von der Bedrohung der Hauptstadt Tywin noch rechtzeitig. Arya Stark, die sich als der junge Ary ausgibt, reist zusammen mit neun Rekruten für die Nachtwache nordwärts. Die Gruppe wird gefangen genommen und zu der Festung Harrenhall gebracht, die von den Lannisters gehalten wird. Um nicht erkannt zu werden, gibt sich Arya als einfache Bedienstete aus. Ein mysteriöser Mann, Jackenhager, steht in Aryas Schuld, weil sie ihm das Leben gerettet hat. Er hilft Arya, Harrenhall einzunehmen, indem er einige Soldaten, die im Dienste der Starks stehen, befreit. Jacken gibt Arya eine Münze und die Worte, weil er Morgulis, die sie im Notfall benutzen soll. Rose Bolton, Lord of the Dreadfort, der Vater von Remsisno und Kommandeur von Rops Südarmee, trifft ein, um Harrenhall zu übernehmen. Arya wird sein Mund schenkt, doch flieht sie bald aus der Festung. Stannis Armee erreicht Kings Landing und greift zu Wasser und zu Lande an. Unter Tyrians Kommando wird Stannis Flotte in eine Falle gelockt und fast vollständig zerstört. Gleichzeitig treffen Truppen der Lannisters und Tyrals ein und vernichten den Großteil seiner Armee. Stannis selbst kann knapp mit einer stark dezimierten Truppen und wenigen Schiffen entkommen. Ein Mann der Königskade versucht während des Kampfes Tyrion zu töten und verletzt ihn dabei schwer. Der knappe Putrikpain rettet Tyrion aber das Leben. Ein Erkundungs-Trupp der Nachtwache begibt sich nördlich der Mauer. In Krastas Bergfried erfahren sie, dass sich die normalerweise unorganisierten Wildlinge unter dem König hinter der Mauer Mankerader sammeln. Der Spähtrupp verschanzt sich in einer Festungsruine, der Faust der ersten Menschen. Lord Commander Jehoa Mormont entsendet Jon Schnee und Kuhhoorn halbhand zu einer Erkundungstour zum Schierling Pass. Bald werden Jon und Kuhhoorn von den Wildlingern entdeckt und gejagt. In ihrer hoffnungslosen Situation befiehlt Kuhhoorn, dass Jon zu den Wildlingern überlaufen solle, um diese zu infiltrieren. Um seine Loyalität zu den Wildlingern zu beweisen, zwingt Kuhhoorn Jon, gegen ihn zu kämpfen und ihn zu töten. Jon erfährt, dass Manke bereits mit zehntausenden Kämpfern auf dem Weg zur Mauer ist. Daenerys Targaryen durchquert unter größten Strapazen die unzugängliche Rote Wüste. Sie wird von Seer Jorah Mormont und den wenigen ihr verbliebenen Anhängern sowie ihren drei jungen Drachen begleitet. Sie finden einen Weg zu der großen Handelstadt Quart. Daenerys ist wegen ihrer Drachen eine Sensation. Besonders Xaro Xhoan Daxos ist sehr an ihr interessiert. Er ist der Führer der 13, einer bekannten Kaufmannsgilde in Quart. Anfangs ist er sehr gastfreundlich, aber letztendlich kann Daenerys seine Unterstützung bei der Gewinnung des Throns von Westeros nicht erlangen. Im Haus der Unsterblichen, der mächtigen Hexenmeister von Quart, sieht Daenerys viele verwirrende Bilder und Visionen. Schließlich wird ihr Leben bedroht, doch ihr Drache Drogen brennt das Haus der Unsterblichen nieder. Daraufhin sind die Bewohner von Quart Denerys sehr feindlich gesinnt. Ein Mordversuch an Denerys am Hafen wird von zwei Fremden vereitelt. Der starke Belvas und sein knappe Asthan Weisbart wurden von Denerys früherem Gastgeber Illyrio Mopatis gesandt, um sie nach Pentos zu geleiten. Denerys und ihr Gefolge verlassen die Stadt. Figuren Zu einer Auswahl der handelnden Personen siehe Figuren im Litt von Eis und Feuer. Erzählperspektiven Die einzelnen Kapitel werden jeweils aus der Perspektive eines der Hauptcharaktere erzählt. Der Name der Person ist gleichzeitig die Kapitelüberschrift, mit Ausnahme des Prologs. Prolog Mäster Kressen, Mäster von Dragonstone Tyrion Lannister, der kleinwüchsige jüngste Sohn von Lord Tywin Lannister und Bruder der Königin Shersai. Lady Catelyn Stark, Tochter von Lord Hoster Tully und Witwe von Lord Eddard Stark. Ser Davos Sie wert, ein Schmuggler, der von Stennis Baratheon zum Ritter geschlagen wurde. Prinzessin Sansa Stark, die älteste Tochter von Catelyn und Eddard Stark. Sie wird von König Joffrey in Kingslanding als Geisel gehalten. Prinzessin Arya Stark, die jüngste Tochter von Catelyn und Eddard Stark. Sie wird in offiziell in Kingslanding vermisst und für tot gehalten. Ihre Familie glaubt sie von den Lannisters als Geisel festgehalten. Prinz Bränden, Bran Stark, der zweite Sohn von Catelyn und Eddard Stark, Erbe von Winterfell und des Königreichs im Norden. Jon Schnee, der Bastardsohn von Eddard Stark, im Dienste der Nachtwache stehend. Theon Graufreud, Erbe des Histone Chair und ehemaliges Mündel von Lord Eddard Stark. Prinzessin Daenerys Targaryen, die sturmgeborene einziges überlebendes Kind von König Aerys II. Und Erbin des Eisernen Throns. Preise und Nominierungen Lucas Award Best Novel Nebula Award Best Novel Ignitus Award Best Novel Ausgaben George R. R. Martin A. Clash of Kings ISBN 055310803-4 In neuer deutscher Übersetzung erschienen als Die Saat des Goldenen Löwen ISBN 978-3442-26821-4 In venir isch In Smithsonian Blitz In Mis uploaded In Sh